Wie die Welt leuchtet, wenn ich dich seh Ich tanze ja sowieso schon drei Jahre, Standardtonster und ich halt irgendwie noch nie. Ich bin da eher auf der Bounce-Schiene und auch Hip-Hop-Ding. Es wurde der Tanz auch noch verlängert und deswegen müssen wir gerade noch mal länger üben, als es eigentlich ursprünglich gesagt hat. Und ich muss mich führen lassen. Führen. Genau. Mein Tanzlehrer hat immer gesagt, er führt, sie lächelt. So, dafür gehe ich ihn jetzt knallchen. Ganz genau, das ist meine Geschichte. Also ich habe nach der Konformation angefangen zu tanzen, weil man das wohl so macht, habe ich mir sagen lassen. Von Oma? Nee, von meiner Mama. Ah, okay. Und ich bin tatsächlich hängen geblieben. Dafür kann ich aber kein Hip-Hop oder irgendwas anderes aus der Bounce-Schiene. Und deswegen hast du auch nur einen Tanz in diesem Film? Worüber ich sehr zufrieden bin. Womit ich sehr zufrieden bin. Ja, Rechtschreibung und Grammatik ist auch ein bisschen hängen geblieben. Ich mag dich auch. Ich leuchte, seit du da bist. Es leuchtet, was um mich ist. Wie hab ich das nur vermisst? Komm, nimm meine Hand, wir singen zusammen und sehen, wie die Welt leuchtet.